Hallo ihr Lieben, wie gerade schon angekündigt, melde ich mich jetzt mit dem Auslosungsvideo für meinen E-Book-Sub. Denn wir haben schon wieder den 20. April, es ist einfach Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht. Das aktuell gewählte E-Book Monströs von Chris Cariden habe ich auch noch nicht gelesen. Aber der Monat ist ja auch noch nicht zu Ende und wir können ja schon mal gucken, was uns da im Mai erwartet. So, jetzt ziehe ich einfach mal eins und zwar Rabenschwester von B.C. Schiller, das ist ein Swiller. Dann noch eins, Second Chance, das stand schon mal zur Auswahl, von Rose Bloom ist das, glaube ich. Das ist eine Reihe, eine Liebes-Roman-Erotik-Reihe. So, und das letzte, was noch zur Auswahl steht, ist... Das hat sich schon erledigt. Und das stand auch schon mal zur Auswahl. Die Frauen von Belly Castle von Sandra Binder. Ja, dann haben wir... Alles dabei, ein Swiller, einen historischen Roman, beziehungsweise Familiengeschichte und ein Liebes-Roman. Jetzt könnt ihr gerne abstimmen. Zum einen für Rabenschwester von B.C. Schiller oder Second Chance von Rose Bloom oder die Frauen von Belly Castle von Sandra Binder. Ich schreibe euch die Bücher gleich noch in die Infobox. Ich lasse auch diese Abstimmung bis zum 25. um 20 Uhr laufen. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare und macht doch fleißig mit. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, das war es eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ihr stimmt mit ab. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.